Diese hier angebotene 2-Zimmer-Wohnung ist ab September 2013 zur Zwischenmiete frei. Die Wohnung befindet sich in Düsseldorf. Das Objekt verfügt über einen Parkplatz. Das Objekt wird über eine Etagen heizt und beheizt. Die möblierte Wohnung umfasst eine Fläche von ca. 45 m². Die monatliche Pauschalmiete beträgt 800 Euro. Kontaktieren Sie uns für nähere Informationen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017